Hallo und willkommen zurück bei MagicCrunch. Wir spielen heute die Beta von Star Wars Battlefront und nachdem ich ja eben schon mal die Survival Mission gespielt habe und gerade hochlädt und ihr später sehen könnt, machen wir jetzt einfach mal eine Runde Multiplayer und wir spielen den Modus Walker Assault. Okay, was auch immer. Es wird gejoint. Wir spielen auf der Seite der imperialen Truppen. Bin ich mal sehr gespannt. Wie ihr auf meinen alten Let's Gläser sehen könnt, habe ich den Vorgänger ziemlich früh gespielt. So, dann schauen wir mal. Aha. Equip and Customize. Okay. Man kann Credits bekommen oder und zum Kaufen benutzen. Okay, wahrscheinlich kann man da auch später was kaufen. Jetzt haben wir den hier. E-11. Aber den habe ich jetzt in Survival gespielt. Der ist eigentlich ganz gut. Aber wir haben jetzt erst mal die Waffe. Hier kann man also alles so nicht dröbeln. Wahrscheinlich muss man erst eine Runde spielen. So, jetzt geht es glaube ich schon los. Deswegen gehen wir jetzt direkt noch rein. So. Oh, man hört schon. Man hört schon an die Strecke. Oh. Da muss man erst mal schauen. Rebellen. Schwer zu erkennen. Oh, man sieht es vielleicht ein bisschen. Es leckt. Ein wenig. Ich würde zwar nicht am Nehliegen, sondern müsste... Ah, komm. Hatte ich doch fast gewischt. Viel zu weit. Ich hatte eigentlich eine viel bessere Waffe. Ich kriege so einen Survival, wo man hier einiges nimmt. Was ist das? Power-Action? Tie-Fighter? Okay. Nein, keine Chance gegen die mit den großen Waffen. Mit meinen Blastischen. Andersverlangen? Nein. 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 Jawoll, der erste Koe. Und schon mal hier imığım Kamm. Oh, wer schlieft? Ach, da ist so ein Art- Weiß ihn wie gesagt. X-Fighter wo es hinterlassen? Oh, der war aber ein Top-Spieler, den ich mit mir habe. Sehr nice. Da kann man Kanaten gar nichts, was man hier nützen kann. Ich habe jetzt ein paar Punkte. Oh, jetzt bin ich auf 106. Ich habe hier einen Partner. So was wie bei Battlefront, die... Ach, bei Battlefield die Squads sind natürlich auch sinnvoll. Oh, 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 oh. Ich kann schon was ab hier. Ja, habe ich erwischt. Ah, ne, aber... Aber es ist... Es ist das nicht. Okay, Gegner ist auf jeden Fall deutlich überlegen momentan. Was habe ich denn hier? Oh, mhm, sehr nice. Oh, okay. Ich habe schon irgendwie gesagt von meinem Partner. Ich habe euch den Schatz noch nicht. Ich habe den Schatz noch nicht. Okay. Okay, schon. Ich habe den Schatz noch nicht. Oh, die Waffe kann man auch wieder herziehen. Das ist alles so. Mein Blaster hier mit Grund. oh der fliegt einfach weg unglaublich unglaublich jetzt bin ich wieder erwischt so oh da kommt die schöne musik so so aber er scheint nicht unbedingt sehr genau scheint es nicht zu sein oh 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 da ist ein judy die haben ernsthaft schon einen judy komm den judy mach mal kalt will der kann man ledig wer war das? oh Luke oh das ist auch der 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 Das ist ein X-Fighter, den wir hier anzuschneiden. Das ist ein X-Fighter, der wir hier anzuschneiden. Oh, die haben einen Walker von uns zerstört. Schade. Scheint. Okay, jetzt kommt der nächste Uplink, was auch immer das heißt, genau. Der Kiep, der Uplink ist offen, nein. Ah, nein. Jetzt war es das nächste Ziel. Wir machen da. Okay. 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 Da hinten läuft schon die Team. Ah, hat die mit ihren Raketen-Rucksacken. Das mache ich falsch. Ich habe 14 Kills, aber... Ah, One-Hit. Irgendwie fehlen mir noch hier... ... die Möglichkeiten. Warum kann ich hier nichts Neues kaufen? Und immer noch Frank-2. Nein. Gehen wir weiter. Das ist echt gut. Ich muss hier nicht ansteigen. Oh, ich habe... ... eine Power-Schild. Ne? Oh. 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 Oh! 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 Ich hab's auch mit so einem Ding drin. Und ich hab's auch gern gescheitert. Ist das schon? es ist ich habe es nicht machte mein teammate hier er steht immer so weit oh ich bin oh Plastik kann ich nicht ich habe immer viele Plastik kann ich nicht oder? no das war sauber nice schauen wir mal oh ja Platz 11 von 20 kann man nicht meckern mehr Kills als der achte Platz, ach als der neunte Platz von den Gegnern also kann man nicht meckern für das erste Mal nice ja krank 2 krank 2 sehr schön was gerade ein bisschen mehr ich muss wohl an dem Servern liegen yeah gut 900 Credits kann ich nichts sagen ja das war's das war die Beta natürlich kann ich noch ein paar weitere Matches spielen aber ein kurzes Fazit alles hat sich sehr gut spielen lassen sehr dynamisch ja einzigste was natürlich jetzt sein könnte das was viele befürchten dass mir die Weltraumschlachten fehlen ja werde ich mich aber noch nicht festlegen bisher macht es sich auf jeden Fall einen guten Einsatz naja mach 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 mit 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 mit